Stirangushtasana ist die stehende Zehenspitzenstellung. Raffaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Tadasana, die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier hebe die Fersen hoch und stehe so ganz gerade. Das ist die Stellung des festen Stehens auf den Zehenspitzen, Stirangushtasana. Wenn du dabei die Augen schließt, stellst du fest, so einfach ist die Stellung auch nicht. Sie entwickelt das Gleichgewicht in hohem Maße.